Mehr als 600 Mädchen und Jungen der Kloppenburger Oberschule Pingel-Anton haben am Freitag, den 9. September, im Zentrum der Söste-Stadt nach 2007 und 2012 am dritten Run for Help teilgenommen. Unter dem Motto, wir schenken Hoffnung, legten sich die Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 so richtig ins Zeug und absolvierten zahlreiche Runden auf einem Ein-Kilometer-Kurs. Der dabei erlaufende Erlös der Benefizveranstaltung geht an ein Missionsprojekt des gebürtigen Kloppenburgers Marco Spalke in Südafrika und an das SOS-Kinderdorf Wobbswede.